Jo Leute und damit willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr wisst es ja auch schon das neue Winterfest Event ist jetzt gestartet und in dem Video werde ich euch mal zeigen in welchen Geschenken sich welche Sachen befinden damit ihr genau wisst was ihr hier öffnen könnt um die ganzen coolen Sachen zu bekommen und wir sehen auf jeden Fall hier gibt es auf der linken und auf der rechten Seite mehrere Geschenke und wir fangen jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite an und hier sehen wir auf jeden Fall ein paar Geschenke und eins davon ist sehr sehr auffällig und zwar dieses hier und ich kann direkt mal sagen daraus kriegt ihr den Gleiter der sieht genau so aus ist ein großer sehr auffälliger Gleiter diesen kriegt ihr also hier aus diesem linken Geschenk an der Seite wenn ihr daneben das orangene Geschenk wählt daraus kriegt ihr auf jeden Fall dieses Emoticon zum Werfen hier also da kann ich empfehlen holt das auf jeden Fall nicht das dritte Geschenk also das große rote hier wiederum lohnt sich denn hier drin gibt es eine Spitzhacke hier diese rote Schaufel lohnt sich auf jeden Fall das würde ich auf jeden Fall auch holen dann gibt es hier dieses etwas breitere blaue Geschenk und hier drin gibt es eine Lackierung und zwar diese hier lohnt sich auf jeden Fall auch dann gibt es noch dieses lila Geschenk und hier drin gibt es auf jeden Fall genau dieses Spray Motiv lohnt sich eigentlich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so und ganz am Rand sehen wir hier ist noch ein eingefrorenes Geschenk daraus wird später auch nochmal ein Skin geben ein Charly Skin aktuell aber noch nicht holbar und ja jetzt gehen wir direkt mal auf die linke Seite auch hier gibt es noch ein paar Geschenke und fangen einfach an mit diesem ganz großen Geschenk das können wir noch nicht öffnen denn hier drin befindet sich ein Skin und Sadiq Isabelle sieht dann genau so aus dieser Skin wäre dann hier in diesem Geschenk können wir aber erst zum Schluss öffnen daneben hier das rote Geschenk ist auf jeden Fall auch ganz okay denn hier gibt es eine Mode drin da sieht man hält man so einen Pulli in der Hand ist auf jeden Fall besser als irgendein Spray Motiv also falls ihr einen Mode haben wollt nehmt das rote Geschenk darunter das helllilane Geschenk ist auch ganz nice denn hier gibt es noch eine weitere Lackierung drin seht ihr auch gerade hier und daneben das hellblaue Geschenk ist ehrlich gesagt nicht so krass besonders hier gibt es einen Ladebildschirm drin da würde ich empfehlen holt euch erstmal die ganzen anderen Sachen hier wie gesagt ein Ladebildschirm dann darunter sehen wir das lilerne Geschenk und auch hier gibt es etwas cooleres und zwar Flugspuren die gibt es dann hier die okay aussehen mit so einem lilernen Effekt hinten kann man auf jeden Fall hier dann rausholen dann gibt es dann eben auch nochmal ich sag mal ein orangenes breites Geschenk und hier drinnen gibt es ein Banner Motiv auf jeden Fall nicht holen sehr sehr langweilig braucht man eigentlich gar nicht dann hängt hier neben nochmal ein lilanes Geschenk und hier drinnen gibt es auf jeden Fall was sehr sehr nice ist und zwar diese Spitzhacke hier so eine Doppelhacke also da kann ich empfehlen holt euch dieses hängende Geschenk hier da ist eine Spitzhacke drin und dann sehen wir auch schon hier hinten versteckt ist auch noch ein letztes Geschenk und hier gibt es ein Musikstück drinnen ja und das sind die ganzen Geschenke und ich kann auf jeden Fall empfehlen diese Spitzhacke hier zu holen oder auf der rechten Seite hier unten das sehr auffällige Packet zu holen denn hier gibt es einen nice Hängegleiter drin und wie gesagt gibt es dann später hier wahrscheinlich noch einen Skin an der rechten Seite und hier ist ja ein Skin drinnen den können wir jetzt aber noch nicht rausholen ja das sind die ganzen Geschenke hier muss ich sagen sind nice sind ein paar coole Geschenke dabei und das soll es dazu eigentlich auch schon gewesen sein jetzt wisst ihr wo was drin ist und das war es auch schon zu diesem Video